Es freut uns alle, dass so viele Leute da herkommen sind, aber wir haben verschiedene Probleme. Das erste Problem ist hier vorne. Ich möchte alle Leute bitten, was hier heute hinter steht, erstmal zurück zu gehen. Dass sonst hier vorne die Leute reihenweise umfallen. W bod אנ 식 traur ist das für heute. Wie geht es so! Das war's für heute. 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 Okay, okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.